Musik Oh Mann ey Selbst brauchst du dir nicht hin Ich bin noch niemals durchgekommen Das muss man sich mal reinziehen Das ist doch viel schlimmer Ohne Spaß Das Spiel könnte man so geil mit Facecam spielen Musik Boah ihr wollt mich doch echt verarschen Ich werde wahrscheinlich Nachher auch noch mit einem Freund zocken Boah Jung jetzt komme ich wahrscheinlich niemals durch den Hüppel Mann Musik 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 ich habe mich noch nicht verarschen, ne, da habe ich kein Brock, wow, kein Brock. So, das hatte ich jetzt schon, das versuche ich jetzt und dann mach ich auch wieder aus, weil so viel Spaß macht das Spiel dann alleine doch nicht. So, gebe Gas, vom Gas gehen, rumziehen, wieder Gas drauf geben, bremsen, rumgehen, hoch. Ich habe übrigens Bremse, wenn ich mit Tastatur spiele, auf Leertaste, das ist mich um einiges bequemer. Oh, okay, das hat man nicht gesehen. Als wenn man zwischen den beiden Fingern wechseln muss, weil wenn man Bremse und Dingens gleichzeitig macht, dann bremst man so leicht ab. Und wenn man halt nur Bremse macht, dann kriegst du ja nur schwarze Streifen und bremst richtig krass ab. Am besten ist eigentlich, wenn du um eine scharfe Kurve willst, kurz vorher vom Gas gehen einfach. Also, wie zum Beispiel jetzt hier. Gas gehen, wieder Gas geben und dann zieht man hinten das Heck schön rum. Wow. Ah, springen. Wie hübs. So. Hier ist das dann wieder umgekehrt, wenn das keine Erdpiste ist, dann kann man bei relativ breiten Kurven. Bei manchen Kurven muss man dann noch einzeln abwenden, das habt ihr ja jetzt gerade gesehen. Scheiße. Aber mit Leertaste fährt man dann halt auch wegwärts, ne? Muss man halt bedenken. Oder auch bei solchen Kurven hier super anwendbar. Okay, wenn man es dann nicht doch verkackt. Was? Zwei Runden, oh Gott. Hier kommt es dann wieder. Oder auch nicht. Wenn man zu langsam ist, dann kann man natürlich nicht vom Gas gehen. Oder man kann. Aber ja, hier hatte ich das jetzt, weil ich da vorne gerade eben nicht vom Gas gehen musste. Bei Asphalt muss man vom Gas gehen, wenn es dann echt abgrenzig wird. Aber das ist hier noch nicht der Fall. Normalerweise nimmt man die Kurve mit 200 oder so. Bei ihm sind natürlich nur mit 150. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich da gerade war. So, hier wieder so ein Einzelbremser. Ich habe diesmal keinen Pöller getroffen. Das war nicht schon mal klar. Aber ich dürfte eigentlich also mindestens Silber bekommen, wenn ich nicht richtig schlecht bin, wie gerade. Dann fahre ich wieder voll gegen so ein Ding. Das ist nicht wahr. Mein Glück hatte ich noch genug Geschwindigkeit, so wie jetzt hier, aber... So, da sieht man richtig, wie man hinten ausbricht. Und das... So soll es ja auch sein. Welche Medaillen kriege ich jetzt alle? Nur eine? Jetzt ist der in schwarz. 150.000. 175.000. 5.190. Wird durchsuchen. Erste MIP. Genau. Äh. Ich will mal wieder eine neue Strecke machen. Aber irgendeine coole. Jo, kann ich eigentlich gehen. Hoch genug allemal. Und hier. Und hier. Und hier. So. So. Hm. Das wird bestimmt lustig. 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 Okay. Cool. So. Ohne Lenken funktioniert das schon mal nicht. Das wird bestimmt lustig. 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 Ja. So. So. Und man kann doch auch... So. 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 ok genau einfach sagen okay und los ja geil Ohloll ich bin ein bisschen hoch jetzt gerade nee das wollte ich ja nicht wo ist denn der Stahl jetzt den wollte ich eigentlich eher so hier aber ich will was anderes machen ne 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 ok und zwar kann man hier durch das Stadion die ganze Zeit fahren man wird aber immer schneller und zwar kann man hier durch das Stadion die ganze Zeit fahren also man muss außen rum fahren so wie ich jetzt gerade verloren so 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 jetzt aber so so jetzt aber Untertitelung. BR 2018 Okay, mal gucken, wie schnell schaffe ich es. Ach, 3,4. 3,4, man kann sich ja gar nicht verbessern. Ja, start. Ne. Und dann gehe ich mal raus. Ja. Aber ich will trotzdem raus. Und dann will ich mal neun Werken machen. Ich habe zwei schon gemacht. Einmal den. Der hatte gestern mein Windows einen Grafik-Bug. Also, er ist abgeschmiert und deswegen sieht er so geil aus. Ohne Spaß. Eigentlich sollte das der coole werden. Und das ist mein momentaner. Und dann dachte ich, ich mach noch einen. Achso, ne, nicht bei dem. Sondern... Welcher sieht denn geil aus? Das... Also den hier finde ich natürlich ziemlich geil. Weil der auch gut aussieht. Nein, der sieht hier nicht. Der sieht natürlich auch geil aus. Der sieht so ähnlich aus wie unser, oder? Also der von Deutschland. Finnland, Frankreich, Deutschland, sieht geil aus. Grünland. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielen Dank.